Da, da, da Ne, halt Äh Äh, 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 wie meint das jetzt? Muss ich denn da rüber? Ich guck einfach mal Nein, halt Hä, halt Halt, 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 halt Jetzt teste ich das mal anders Singen und singen Aber wie komm ich denn da von einer Seite hin? So, und dann Hier rein Aber ich weiß grad wirklich nicht Welcher von denen das alles sein soll Er bewacht das Außengelände Jaja, schon klar Nur, äh, bläh, wo genau? Ich geh mal hier hin und dann mal hinten durch das Fenster wieder raus Weil dann komm ich ja Zu, äh, weil dann komm ich ja zu den Zu den Dings, wo waren die, äh? Wo waren die als Fenster? Die Rüstung war alt und rostig Ich wollte sie nicht berühren, um Lärm zu vermeiden Nicht Rüstung Hä? Ich war doch mal ein Fenster Ich bin noch von hier gekommen Versteh ich nicht Hä? Wo ist denn der Typ? Er bewacht das Außengelände Alles klar Ich habe ein paar Fragen Ich habe ein paar Fragen Meine Güte Wo steht er denn, der Sergent? Sergi Unter Hm Oh Ich war eben mit WASD beschäftigt Das, äh, kann ich ja nicht tun Wo ist der? Der Typ ist das nicht Warte mal hier vorne Komme ich hier an? Ne, vorne muss das Stück Rasen Ich versuche mich mal hier vorne Äh, dann fange ich mit Dem an Dann nehme ich mit Den hier Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig mache Hier Ich will es aber mal schwer hoffen So So Dann nehmen wir uns Den hier Zack Und Dann noch Den Ne, halt Falsch Richtung So Dann hier mal hoch Und Hier mal hoch Und Hoch Jetzt ist er Vielleicht ist er auch das Das kann ja auch sein Ich bin Madame Petra Ja, Madame Erfreut, Sie kennenzulernen, Madame Ich, äh, will eine Keycard Warum ist Ihr Hund hinter diesem Zaun? Wir müssen ihn von den anderen Hunden getrennt halten Warum? Kämpfen Sie sonst miteinander? Nein, er hat Würmer Kein Wunder bei dem Essen hier Ja, aber Der Wächter sah aus, als wüsste er, wie man mit einer Knarre umgeht Ja, aber trotzdem weiß ich immer noch nicht, wo Der Typ jetzt Mein, mein, meine Keycard hat So, da vorne steht noch einer Äh, sonst war hier keiner weiter, ne? Nee, wusste er ja Wenn der es nicht ist, ne? Wer sind Sie? Beeilung, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit Sergent des Sicherheitsdienstes, Madame Ich bin Madame Petra Ich bin gerade angekommen Natürlich, Madame Ich habe einen Sicherheitsausweis für Sie Da, bitteschön Danke Vielen Dank Vielen Dank Komme ich jetzt hier auf die Reihen? Ach Da vorne geht das durch Sag an, ey Ich kriege einen zu viel So, hier vorne wieder sind die ganzen Hundis Und dann können wir jetzt hier den Sicherheitsausweis benutzen Äh, dazu noch nicht, ah, noch nicht aktivierter Ausweis Na toll Ach, verdammt Äh So Ich habe ein paar Fragen Ja, ich will die Keycard aktivieren Wahrscheinlich muss ich erst so dumm tun und hier dann erst Nein Es gab keine Möglichkeit, die Tür direkt zu öffnen So Ah, vielleicht muss ich das über diese alten Tunte da tun hier Äh, ich bin viel zu beschäftigt, um mit dir zu reden Ne, 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 ey, Troller Ich habe ein paar Fragen Rosau wird sehr wütend, wenn ich hier nicht fertig werde Natürlich, natürlich Hab ich die jetzt? Achso, die liegt da vorne Dann lass uns mal vorne in den Äh, äh, in den Raum hier vorne gehen So, zack, die Steuerung macht manchmal immer noch viel zu schaffen Läuft, man soll sich besoffen werden Es hatte mich viel Mühe gekostet Mit den originaldeutschen Synchronsprechern Äh, sein Die Zelle war abgeschlossen Und leer Alles klar Nein, ich weiß, was gleich passiert Ich muss erst mal speichern Äh, da Ich, äh, erinnere mich gerade hier So, hier vorne gibt es nichts weiter Tralala und tralali Oh nein Ich hörte jemanden kommen Alles klar Und nun sind wir wieder in der Haut von George Hmm In einem Waschraum Was haben wir denn hier Schönes? Hier haben wir Was ist das denn? Jemand in diesem Schloss hatte eindeutig einen Waschmitteltick In meinem alten Navy Seals Handbuch war ein Kapitel gewesen Die Ermittlung der gegnerischen Stärke mit Hilfe erbeuterter Waschmitteltrommel Leider konnte ich mich nicht mehr an die Formel erinnern Alter Naja, wir haben das schon gesehen vorhin bei Nico Dass da ganz viel Äh Zeug Zeug? Nein, ganz viel Waschpulver bestellt wurde Ich schloss messerscharf, dass mir stinkende Socken nichts nützen würden Ne, mir auch nicht So, da oben ist noch das Fenster Das wir gerade gekommen sind Hier haben wir sonst bloß noch eine Waschmaschine hin Steht noch eine Waschmaschine rum Ah, die können wir ziehen, okay Wo wollen wir die denn hinziehen? Oh, weil der geht nicht Äh, trala, trala, trala Gibt's hier irgendwas? Was ist das denn hier? Ein Rollwagen Kommen wir vorne durch Die Tür war abgeschlossen Ich kam mir immer mehr wie in einem Gefängnis vor Man musste diese Tür doch irgendwie öffnen können Ja, und jetzt ist ja Es ist ja relativ simpel Was wir damit, äh, zu tun haben Wir nehmen uns, äh, Löwaschmaschine Und ziehen sie auf Das, äh, Roll Wie nennt man das eigentlich? Roll Ach, toll Jetzt machen wir Einmal nach hier Und zack Und dann schieben wir das Ding auf den Ja, Rollwagen Genau Hopp Hopp Und Hopp Die Waschmaschine glitt mühelos auf den Karren Die schwebt mühelos auf den Karren Aber mehr auch nicht So Und dann, äh, würde ich sagen Freie Fahrt, oder? Dann wollen wir mal Jawohl Der George, ey, ne? Was der immer macht Ich speicher jetzt erstmal So So Hm 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 Ich seh mich hier wieder ein bisschen öfters um Was haben wir hier? Oh, und das sieht ja hier ganz danach aus Als ob wir Im Keller sind und Äh, bei den Zellen angekommen sind Okay, da vorne geht's weiter Zwecklos, die Tür war fest verschlossen Hätte ich bloß die Keycard dafür gehabt Ja, die hat ja eine gewisse andere Person Nimm das, du! Ah Hey, was? George? Wer? Ich bin's, Nico Ah, ich dachte, du wärst Petra Hm Schleißt dich oft so an Mädchen ran, ha? Nur an Blondinen Also stimmt es doch Blondinen haben mehr vom Leben Behalte die Perücke auf, dann erfährst du's Kauf aus Mode Nicht mein Stil Autsch Was machst du eigentlich hier unten? Sind dir die strengen Sicherheitsvorkehrungen aufgefallen? Bruno muss ja in der Nähe sein Also, worauf warten wir noch? Gut, dann speichere ich jetzt noch einmal Boah Ich hatte, äh, ich wusste eigentlich noch, dass Nico das ist Äh, aber ich würde sagen, wir benutzen sie jetzt erstmal, um die Tür zu öffnen Hey, Nico, kannst du dieses Schloss knacken? Ich habe nichts, mit dem ich es öffnen könnte Was würdest du nur ohne mich tun, George? Ja, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht So, Le Umkleide Äh, gucken wir uns hier mal in Ah, was haben wir da Schönes? So, das müsste mir mehr Bewegungsfreiheit verschaffen Nico, würdest du dich bitte umdrehen? Soll das ein Witz sein? Nein, meine Unterhose sieht zu unvorteilhaft aus Ach so Na dann schnell, zieh dich endlich um So, fertig Du siehst sehr gut aus Das sagst du bestimmt zu allen Wächtern Der George als Wache Aber wenn er eine schicke Umkleide ist, das muss man sagen Mit den Schränken sieht das irgendwie sehr, sehr toll aus Gut, aber ich würde sagen, ich mache jetzt mal eine kleine Pause Und verschnauf hier eine Runde in der Umkleide Mach noch ein paar Sit-Ups und Äh, warum ist Nico eigentlich in einer Männer-Umkleide? Wenn jetzt hier wer reinkommt, dann ist es zu spät Auf jeden Fall mache ich jetzt mal eine kurze Pause Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder Und bis dann sage ich Tschüss Und auf Wiedersehen